komm wir gehen hier unten durch oh wir müssen wir müssen ja hallo nein du bist tot ich bin tot wieso bin ich tot kein plan warum bin ich denn tot der boss war stark wenn ich sag noch das war einfach weil ich dachte der boss ist umgefallen nicht ich hier ich geb dir dein dein loot hast du ja noch ne wahrscheinlich ja ich hab doch extra auf einen oh noch einer dem haben wir es gezeigt was ist denn y nochmal achso nicht y sondern die bei dir ist es ja wahrscheinlich was anderes das noch einer das noch einer oh ich bin hier grad fleißig am looten oh da ist jemand der ist jemand oh nein der ist gefangen hallo hilfe hilfe esst mich nicht ich schmecke nicht gut die gefangenen von goblins retten die gefangenen von goblins retten guck mal der ist schon zwei so danke du hast mich von dem unentrittenen tot gerettet wenn du nicht dann wenn du nicht wäre ich schon in der suppe an meiner stelle ist jeder gemacht ich wäre nicht schlecht eine belohnung zu bekommen der käfig hat mir einfach nicht gefallen ich würde zweitens nehmen ein bisschen dreißer sein ein typisch moderner held gierig auf beute hin nimm alles was ich habe gold und erfahrung und ein trank leb wohl es war noch ein gefangener bei goblins eine gefangene okay sprich ich glaube es war eine prinzessin haben sie schön fragen wir ist sie schön und wie sie ist die schönheit selber ich glaube es war eine prinzessin haben sie sie gefressen was frage ich jetzt nein ich glaube nicht sie wollten sie für ihre schamanen behalten wo finde ich ihn wo findest du den schamanen der goblins bist du fremd hier ja ich bin unterwegs ich mag hier ein lager auf der karte aber ich war nicht das ist viel zu gefährlich ich muss die prinzessin retten so ehrenmänner komm lass uns die was ist das hier ich brauche einen goldenen und silbernen Schlüssel oh warte mal wo ist die prinzessin ist das ist das vielleicht die prinzessin hier könnte sein aber warte mal kurz warte mal kurz ähm du kannst ja bei deinem charakter noch ähm oh ich kann noch wieder was skillen ich auch oh ja tornado ne das geht nicht ich kann das skillen was fehlt dir dafür ähm fürs tornado so ein grüner stein und so ein roter stein ich guck mal ob ich dir gleich was davon abgeben kann okay und sonst kann ich noch punkte vergeben was für einen stein brauchst du was für steine brauchst du ähm einen roten und einen grünen einen roten habe ich aber keinen grünen kannst du mir den roten schon mal geben ja hier danke vielleicht müssen wir das lager hier nochmal ein bisschen umkrempeln ja aber wo ist denn die prinzessin die ist wahrscheinlich weiter unten wenn du durch den dungeon durchläufst du musst dich auch mal wieder heilen oh ja stimmt wenn ich so einen apfel esse heilt mich das auch und so eine keule auch also das essen heilt einen okay ja dann lass wollen wir schon noch weiter nach unten gehen oder was wollen wir zuerst machen wir können ja jetzt erstmal den bruder befreien oder wir können hier noch die prinzessin weiter retten die prinzessin belästigen genau oh warte mal hier konnte ich ja ach ne hier ist ein hebel hast du den hebel schon gedreht ja hab ich schon ja wollen wir die prinzessin belästigen oder wollen wir lieber das andere wie hast du die fahne auf den kopf gesetzt ja ich habe mich drauf gezogen da gibt es einen slot in deinem Inventar also wenn du in deinem Inventar gehst ganz oben meinst du? ganz oben links genau ja aber die Pfanne kann ich nur in die Hand nehmen ist die Pfanne denn stark? Moment ne die Pfanne kann ich auf den Kopf setzen und hast du was auf dem Kopf jetzt? ne du hast die Pfanne in der Hand ne ich hab die Pfanne in der Hand ja aber ich kann die nicht auf den Kopf ziehen ist die stärker als deine Keule? das weiß ich nicht also ich habe jetzt irgendwie zehn Angriffe oder so hier müssen wir noch was ach Moment wo sehe ich das denn? sieben Angriff oder wie oder wat ach ne die Pfanne ist minus eins und wenn ich jetzt die Keule mache ist es plus zwei dann nimm die Keule warte mal kannst du ne wir brauchen noch so einen zweiten Stein den wir hier hinschleppen können aber hier ist noch nichts ne? warte mal dann lass nochmal weiter gucken äh kann ich auf der Map irgendwas tolles? hey ok da ist noch ne wollen wir nochmal zum Totengräber zurück gehen weil ich glaube ich habe jetzt alle Sachen gefunden ja ach so kannst du kannst du noch ne Fackel aufstellen oder hast du da schon eine aufgestellt? ähm wo soll ich die aufstellen? drück mal M M? ja ja unten rechts ist dann schon ne Fackel gestellt? ja ok weil hier sind jetzt ja so Sterne auf der Map ich laufe da mal hin oh wenn ich E drücke dann komm mal her mädel komm mal her wenn ich E drücke kann ich so Gesten machen glaube ich komm mal her hast du gesehen? oh wie süß das ist ja total niedlich der Tanz haben die sich bei Fortnite abgeguckt oder Fortnite bei denen ah ich spreche jetzt mal den ne müssen wir gar nicht wir müssen nachher hier rechts ach ne oh ich habe Erfahrung bekommen ach so ach so vielleicht mussten wir doch ansprechen der Ort hier ist wirklich gut ich könnte wer könnte mir helfen ein Schiff zu bauen was gibt es noch in der Umgebung? das mache ich mal in der Nähe wohnt noch ein Schmied ein guter Mann bla bla ok danke der Ort hier ist wirklich gut ok wer könnte mir helfen ein Schiff zu bauen nicht weit von hier ein Zimmermann ok danke ich muss jetzt los ok ich muss jetzt aber komplett los warte mal hier hinten ist noch was guck mal hier ist noch was tatsächlich noch ein Dungeon noch ein Dungeon ich geh erstmal auf nein oh sorry Mann nein ich will da nicht rein nein hey hier war doch eben so ein Stern auf der Karte nein hä ach so ist das einfach nur der Speicher dass es ein Speicherpunkt ist keine Ahnung wir wollen jetzt mal rein in so ein Dungeon können wir mit ihm nochmal können wir jetzt hier weiter komm nein ich habe das hat das Tor ja geöffnet dadurch dass wir hier kann ich graben oh nein geh nicht rein block aha ja ach wenn du irgendwo hin klickst ich arbeite ohne klicks oder versteck gefunden ja weil ich hier die Dings ausgehebelt habe ausgehoben ausgehoben ausgehebelt oh Gott ich bin gleich tot ich muss was essen ja hol dir mal hier die Blume hier ist noch eine Blume gut dass ich es auf leicht gestellt habe was können wir jetzt hier mitmachen ach guck mal ach guck mal aha guck mal ach so aha das Attefakt aaaaaaah hier schaulatane so den haben wir es gezeigt oh ich glaube ich muss mal den Controller ab machen damit ähm oder ist das nur 1 2 3 bei mir ist das nämlich x y b das ist nur 1 2 3 okay gut dann brauche ich das dann hier so jetzt brauche ich irgendwie mal was zu essen äh da links von uns was machst du da du bist ganz verliebt was machen wir eigentlich wofür brauchen wir eigentlich das Holz für das Schiff wahrscheinlich später oder? dann holt sich mal lieber alles ab Errungenschaft freigeschaltet der Baumhasser und äh links von uns sind auch noch ähm Zombies irgendwie ne? ja die wollen auch zerschmettert werden aber das ist doch da wo wir eben her kamen hm da geht es weiter wollen wir nochmal zu dem zurück und ja ich würde hier das hier sogar mitnehmen den brauchen wir ja noch so ich sag dem jetzt mal hier hallo wir sind fertig sie haben Erfahrung bekommen du hast mich reingelegt ich hab das Artefakt und jetzt beginnen die Toten aufzuleben hm dann hast du wohl etwas falsch gemacht was sollen wir tun? ja man muss versuchen das Artefakt an seine Stelle zurück zu bringen ich bete dass das hilft okay Artefakt auf den der Toten zurückbringen okay ach komm jetzt sind hier nämlich die ganzen oh ne Muschel achso warte ich hol den wir brauchen den Stab doch noch äh den den Stab den Stein das hört sich mal so an als würdest du kotzen uäh ich weiß jetzt müssen wir das zurückbringen oder was ja scheint so ja den haben wir verbrüht ach so wenn du den Trank nimmst dann heilst du fast ganz okay ja ja haben wir jetzt gemacht und ich hab noch Punkte die ich vergeben kann oh ich auch so ich hab jetzt 40 Leben 9 Angriff dann Schaden 20% und Schild okay du gehst also eher auf Tank ich hab 40, 11, 2, 6 hm so was machen wir jetzt? äh ja jetzt lass nochmal wieder mit dem Typen schnacken oder? ja und dann müssen wir noch den Bruder finden und die Prinzessin wir haben noch einiges vor ja den verlorenen Bruder finden die Prinzessin finden und den Totengräber hä? was ist der Typ? ne das ist was machst du hier und was ist mit dem Totengräber los? das ist ein das ist ein ein Obdachloser ja aber wo ist der Totengräber hin? der stand doch da vorher ja was machst du hier und was ist mit dem Totengräber los? das würde ich jetzt und wenn ich den überall drauf schlage? hier üben 10 Münzen hier üben 10 Münzen alles klar ii okay ich zeig's dir okay 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 ähm ey die sind überall jetzt so Viecher oh ach deshalb ciao oh der hat so ne komische Keule oh man ich muss mir aber gleich mal wieder ordentlich was reinbarzen ne nimm doch so nen roten Drink ne ich ess mal lieber was ja wollen wir jetzt nochmal nach der ja ja müssen wir uns jetzt überlegen was wir machen wollen ob wir das oh der Pfeil ähm zeigt bei mir nach da ja bei mir auch gut lass uns doch da mal reingehen okay ja 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 ech